30 Grad hat das Stadionbecken, 34 Grad das Erlebnis- und Wellnessbecken im Dante. Ab halb 8 Uhr morgens ziehen die unverfrorenen Schwimmer hier täglich ihre Bahnen. Montags, mittwochs und freitags sogar schon ab 7 Uhr. Und das sogar, wenn später der Schnee kommt. Also das Besondere bei uns ist, dass man das ganze Jahr im Freien schwimmen kann. Das ist natürlich besonders reizvoll im Winter, wenn Eis und Schnee liegt. Danach kann man noch schöne Minuten im Attraktionsbecken genießen. Gemütlich entspannen lautet die Devise hier im Attraktionsbecken. Mit Sprudelliegen, Massagedüsen, Sprudelgrotte, Strömungskanal und Wasserpilz. Wie geht's uns heute? Super. Ich komm vor der Arbeit her. Heute das erste Mal dieses Jahr und das ist ein klasse Gefühl hier zu schwimmen. Wenn es jetzt da draußen so kalt ist, macht Ihnen das nichts aus? Ja, haupt nicht. Ja, haupt nicht. Das ist okay. Normalerweise, wenn man hier in der Flur kommt, das ist gut, weil das ist frische Luft. Und das tut uns sehr gut. Von allen. Ja, es ist immer schön. Ganz wurscht, was es wieder ist, auch wenn es regnet, weil nass ist nass. Also einfach immer schön im Freien. Das ist wunderschön. Und wenn dann die Sonne aufgeht, da geht nicht nur die Muskulatur gut, es tut auch der Psyche gut. Doch die Becken sind nicht das einzige, was das Dante zum perfekten Münchner Sportort macht. Wenige Meter weiter, mit Blick auf die Becken, wartet der badeigene Fitnessraum auf sportliche Nutzer. Die Nutzung der Ausdauer und Kraftgeräte sind im Eintrittspreis inbegriffen. Und wem bei nasskaltem Herbstwetter weniger nach Schwimmen und Sport ist, der kann sich im Dante-Winter-Warmfreibad in der großen Saunalandschaft aufwärmen. Wir haben in unserer Sauna alles geboten, was das Saunaherz begehrt. Wir haben eine 90-Grad-Sauna, 60-Grad-Bio-Sauna. Bis hin über das Dampfbad hin zur Blockhütten-Sauna ist alles vor Ort. Nach den Gängen kann man sich in unseren rund 15 Grad kalten Becken abkühlen und natürlich auch das Winter-Warmfreibad nutzen. Sauna ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen. Ganz besonders im Winter natürlich, wenn es draußen kalt ist, ist es natürlich sehr angenehm. Herz-Kreislauf-System wird angeregt und natürlich auch Kommunikation und Entspannung stehen bei uns im Vordergrund. Ganz egal, ob Schwitzen in Sauna und Dampfbad oder beim Schwimmen und Wellnissen in den Außenbecken des Stadionbereichs. Das Dante-Winter-Warmfreibad bietet den Badegästen die perfekte Kombination aus Sport und Wellness in der kühlen Jahreszeit. Untertitelung des ZDF, 2020